yo was geht ab youtube blackjack wieder mit einem neuen minecraft video am start und leute ihr seht heute ist es mal ein bisschen anders aber wir spielen minecraft gun game und zwar ein ganz besonderes das ist nämlich die paulberger hilts map von unserer youtuber insel die i cry max hat nachbauen lassen und ich habe damals schon bei allen möglichen games ob counter strike oder call of duty oder irgendwas war kann geben wahrscheinlich immer eins meiner lieblingsspiele und jetzt hat i cry max so eine map rausgebracht mit unserer paulberger hiltsstadt da bin ich echt mal drauf gespannt geht auch schon direkt los sehr gut ja schauen wir mal wie die map so ist so leute die runde geht los fangen wir gleich mal an mit der tommy gun ich höre schon da ist jemand bei bei mir war das ist mein haus wo bist du stimmt unten im keller da haben sie das haben sie aber nicht mitgebaut schade ob du dumm bist frage ich dich in deinem team motto ein bisschen näher ran ist nicht so geil auf entfernung soo zack hier war gerade irgendwie noch einer zack der nächste oh da ist noch einer hallo so ganz cool ist eigentlich dass du wenn dein team die kill macht dass du dann auch mit hoch ist jetzt wechselt da auf einmal die waffe boah glück gehabt also wenn die waffe wechselt ist das natürlich ein übelster nachteil du kriegst mich nicht okay oder doch egal wir führen wir sind erster platz erstmals was schon mal ja echt nice ist schon zack bus stopp abend der nächste das läuft ja gerade wie am schnürchen hier fang und der nächste soo schade den habe ich nicht bekommen ey die waffe ist echt nicht so geil weil die braucht ja die braucht höllenlang bis sie aufgeladen ist und schießt aber ich weiß gar nicht kann man mit der auch kurze ne kann man nicht okay also das ist eine waffe mit der muss ich auf jeden fall auf entfernung bleiben so gucken wir mal guck mal da drüben ist doch schon einer der ist leider tot ah neue waffe geil muss ich diese mistwaffe nicht spielen soo was ist das denn ey Leute das sind so viele waffen die kenne ich einfach gar nicht ich schieße hier irgendwelche selke pflettert durch die gegend klar was ist sind das für waffen leute oh Leute ich hoffe das sound ist nicht zu laut so wo sieht man das ist doch unsere candycheck bau gmbh so jetzt lassen wir die waffe hier auschecken ah ja selten so eine komische waffe gesehen darf ich nicht man gibt mir eine andere waffe das ist doch scheiße das ding hey das ist so eine sch- ich habe eine neue ii was ist das denn oh ich habe ihn gekillt nice so so Leute wo seid ihr komm bleib stehen du Lappen zack weg bist du oh der Revolver mit dem war ich früher immer echt gut und treffer und bam was ist denn das ey Leute ohne scheiß hier sind Waffen die kennt doch niemand nein wie knapp man 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 so so nein das gibt es doch nicht ich muss ich muss erst mal zielen okay und der Sniperkönig ist am Start oh ja meine Lieblingswaffe von damals von ganz am und weg ist er was ist denn das ah Burst okay wo bist du bist du in den Sozialbauwohnungen von uns nein hey die Waffe kann man also aufladen interessant also Leute falls ihr euch wundert das sind wirklich so Waffen mit denen habe ich noch nie gespielt ich muss erst mal testen wie die funktionieren also ist nicht so dass ich jetzt ultra schlecht bin aber ich muss halt erst mal testen bam ich werde direkt von der Rakete getroffen so du Lappen komm her okay ganz komische Akimbo Bögen keine Ahnung so ich muss ein bisschen näher dran für die hallo warum kriegt die keinen Schaden hä warum gibt es keinen Schaden aber ich bin immer noch Erster so so das Haus von iCrymax was ist denn nee ich glaube das ist die letzte Waffe Leute eine rostige Dose okay das heißt wir müssen jetzt auf Kamikaze gehen die Lolli haben sich einfach beide gekillt komm 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 Hallo, wie viel Leben hast du? Ja! Hä? Warum haben wir jetzt nicht gewonnen? Hä, Leute, warum? Ja, komm. Wollen wir schon explodieren, den Schleim da? Mann! Aber warum... Hä? Verstehe ich nicht. Warum haben wir jetzt nicht gewonnen? Wir haben doch jetzt mit der Dose einen gekillt gehabt. Oder hat mir den jemand geklaut? Nee. Oder muss ich zwei Kills machen? Äh, was ist denn das für ein Mist? Nein! Komm schon! Stirb! Irgendwer! Mein Pool hat kein Wasser. Warum kämpfen wir? Oh, das wäre cool eigentlich, das Sieg so am Ende an meinem Haus. Nein! Ah, komm schon, Leute. Das müssen... Wir müssen das schaffen. Was? Wo denn? Komm schon! Komm schon! Nein! Ah, Mann, ey! Ey, das kommt! in der paul also im flughafen also ich muss sagen das letzte mit der dose ist ja echt irgendwie keine ahnung da hätten man sich auch eine pickaxe nehmen können oder so der hat gut getroffen ja ich habe ihn warum gewinne ich nicht muss ich den kill vielleicht so machen ich verstehe was ich machen muss warum ich habe doch jetzt schon zwei leute mit der dose gekillt und das ist auch wieder mein haus also ich sage euch ehrlich die map macht mega spaß also absolute props gehen da an i cry max und an seinem bau team raus dieses macht der höllenbock aber ich verstehe noch nicht so ganz was damit der dose jetzt auf sich hat das ist irgendwie komisch nein lass mich in ruhe stirb nein stirb ja ja ich verstehe immer noch nicht warum ich da jetzt irgendwie keine neue waffe bekommen oder warum es zu ende ist oder muss ich die vielleicht mit einem headshot killen ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es ist ein bisschen buggy oder ich weiß es nicht ich weiß es ist ein bisschen buggy oder ich weiß es nicht so andere ist sein haus auch echt nice gelungen wo bist du hör dich das ist dieser noob also der typ ist ein absoluter noob ich glaube der spielt das erste mal fortnight und ist auf der switch er trifft halt gar nicht oder spiel sind die spiele so ich bekomme nichts mehr neues warum liegen überall dosen von mir junge ach ich idiot ich glaube ich weiß was das problem ist ich muss die safe pickaxen ich muss die safe pickaxen so warte mal wo ist denn da mein spezieller kollege der so gut ist da ist er doch so ich habe auch einen gepickaxe und jetzt passiert immer noch nix pickaxe ich halte mal nochmal einen so und jetzt oh noch einen hä ich habe jetzt 33 punkte warum passiert es ja nix mehr kann ich doch nicht machen wo ist denn da ist doch einer unsichtbar ja ja leute ich habe ehrlich gesagt keine ahnung ähm ja was da jetzt abgeht aber ich würde mal sagen also ganz klare sache wir haben die runde gewonnen ihr seht es ja auch oben ähm ja erster platz hat auf jeden fall echt bock gemacht ähm ja wir haben alle waffen durch ich weiß nicht genau warum das jetzt nicht funktioniert aber ich würde sagen das soll es mit dem video gewesen sein lasst ein like da lasst ein abo da und wir sehen ja fertig ok also leute lasst ein like da lasst ein abo da spielt die map auf jeden fall mal von iCrimics macht echt spaß und wir sehen uns bis dahin ciao